Guten Tag Forever. Heute begrüße ich für mein Interview hier in Schloss Freyhamn die Zentrale von Forever Living Products, Michael-Alus Wagner. Herzlich willkommen, Alice. Dankeschön. Herzlich willkommen auch an das Publikum und an die ganze Forever-Welt. Hier in diesem traumhaften Schloss. Oh ja, das ist ja wunderschön. Wir sind hier in einem historischen Schloss. Ja, und du hörst sicherlich auch die Vögel zwitschern, oder? Traumhaft. Einmalig. Alois, lass uns doch über das Thema Selbstständigkeit sprechen. Ja, viele Menschen möchten gerne selbstständig werden, aber in den meisten Fällen funktioniert es nicht. Warum funktioniert es so gut bei Forever? Ich glaube, es ist sehr einfach und doch sehr kompliziert, es in der Kürze zu erklären. Ich versuche es. Wie ich zu Forever gekommen bin, war das für mich ein komplettes Neuland. Ich komme ja von der Fitnessbranche, von der Therapiebranche, von Seminaren, von Schulungen und ich wusste überhaupt nicht, was Forever war. Heute weiß ich, dass Forever die optimalste Unterstützung ist für jeden Menschen, der sich jung oder alt selbstständig machen möchte. Für die Jugend, die ja danach strebt, ihre Emotionen, ihre Gefühle, ihre Träume leben zu können, ist Forever die optimalste Plattform, weil Forever die komplette Struktur abnimmt, vor der jeder Angst hat, damit er seine Träume dann nicht mehr leben kann. Und für reifere Menschen ist es noch einmal die große Chance, weil du in der normalen Wirtschaftsbranche mit 50, 60 nirgends mehr einsteigen kannst. Aber Forever heißt ich herzlich willkommen, gib dir die nötige Struktur, die du dann eigentlich nicht mehr hast, weil du aus der normalen Wirtschaft ausscheidest. Du brauchst nur mal deinen Traum zu leben, auf den du 60 Jahre gewartet hast und kannst dabei noch in Wohlstand extrem erfolgreich sein. Ich möchte nicht sagen reich werden, aber für manche Menschen sind 500 Euro im Monat. Reichtum, 500 Euro mehr zu haben und genau für das sind wir da. Wenn man über Typen spricht, die ideal wären für eine Selbstständigkeit, ja, dann denkt man immer, aha, an der, der sehr strukturiert arbeitet und bei denjenigen, der etwas mit mehr Leidenschaft, mit mehr Emotionen, mit mehr Kreativität, Fragezeichen. Siehst du das auch so? Danke, dass du mir so eine Frage stellst. Du hast recht. Ich sehe es nicht so. Denn ich bin absolut kein Typ für Selbstständigkeit. Ich bin emotional. Ich habe Leidenschaft, weißt du. Ich lebe mich selbst, meinen Körper, meine Gefühle aus. Die sind für die Wirtschaft gefährlich. Die sind nicht kontrollierbar. Die sind nicht strukturierbar. Die sind nicht eingliederbar. Die halten sich nach keinen Regeln. Aber die sind für Forever das Beste. Denn die können bei Forever die Leidenschaft leben. Die können ihre Freude leben. Die können die Freiheit leben. Warum? Die müssen sich um keine Abrechnung kümmern. Die müssen sich um keine Lieferung kümmern. Die müssen keine Lagerhaltung haben. Die müssen keine Mitarbeiter bezahlen. Weißt du, was das bedeutet? Die müssen sich auch nicht um den 13, 14 Monatsgehalt kümmern für die Mitarbeiter. Nein. Die brauchen nur jeden Tag dasselbe tun. Sich selbst leben und in der Persönlichkeit bieten. Also, kreative Köpfe. Kommt zu Forever. Denn wir bieten euch die ideale Basis an. Hundertprozentig. Zusammengefasst ist es enorm wichtig, vielleicht der Welt zu verkünden, Forever ist zwar ein Struktursystem. Wir geben eine Struktur vor. Aber es hat nichts mit einem Spielsystem zu tun. Wir schaffen für jeden Menschen eine Firma. Und der eine fängt mit dieser kleinen Firma an. Der eine mit einer größeren. Der andere noch mit einer größeren. Aber was das Wichtigste ist, dass du dich persönlich empfalten und leben kannst. Und dass du irgendwann einmal mit dieser Einfachheit duplizierbar wirst. Ich bin nicht duplizierbar. Ich bin der schwierigste Sponsor, was sie überhaupt noch gibt. Mich kann man nicht duplizieren. Das ist auch gefährlich. Umso einfacher du denkst, umso einfach du handelst, umso besser wirst du erfolgreich werden bei Forever. Jeder putzt sich die Zähne. Jeder wäscht sich jeden Tag. Jeder braucht etwas, um sein Immunsystem zu stärken. Jeder braucht etwas, damit er seine Vitalität besser leben kann. Und sagt mir einen, der heute mit 60 nicht vital sein möchte. Sagt mir heute die Jugend, die gestresst ist vor dem Computer, vor dem Handy, dass sie nichts brauchen, um relaxed zu sein. Um vielleicht wieder stabil im Leben stehen zu können. Das bitte Forever mit den Produkten und mit der Struktur, mit dem System. Und mit dem kann jeder Mensch bei uns anklopfen und sagen, darf ich mittun? Und wir können zu jedem Ja sagen, wenn er will. Das bedeutet also, Unternehmer sein hat nichts mit zu jung zu sein oder zu alt zu sein. Es gibt kein ideales Alter. Jeder kann, wenn er möchte. Du hast vollkommen recht. Man sagt es immer, wenn man älter wird. Wenn ich noch einmal anfangen könnte, würde ich mit 18 sofort Forever beginnen. Wir haben zwölf Institute, zwölf Gesundheitsinstitute. Die Q-Lounge steht mit Fitness. Ich bin mit Fitness, 40 Jahre in Verbindung. Aber ich möchte allen sagen, Leben, gut leben, tun wir mit Forever. Alles andere ist Investition. Mit allem anderen hat man jeden Tag eine große Herausforderung. Mit Forever hat man jeden Tag gleichzeitig. Alles, wenn man so einen, ich sag mal, inspirierten Unternehmern wie du jetzt gerade hier sieht. Da stellt sich sicherlich der ein oder andere die Frage, kann ich mal mit Michael Alois Wagner sprechen? Kann ich mit ihm Kontakt aufnehmen? Könnte er mich eventuell auch inspirieren und zeigen, wie ich damit erfolgreich sein kann? Bist du offen? Florian, jederzeit. Jederzeit. Ich möchte alle vor mir warnen. Denn ich bin sehr fordernd mit meiner Person. Ich komme nicht immer überall gleich gut an. Ich bin sehr fordernd, weil ich zu jedem sage, ich habe sechs Jahre Sterbebegleitung gemacht. Und ich sage zu jedem Menschen, Freunde, das Leben ist heute. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Es gibt noch ein Leben vor dem Tod. Das beginnt jetzt. Also beginne heute. Mach es heute und nicht morgen. Das sind so entscheidende Themen, weißt du. Jeder wartet auf eine Entscheidung. Jeder wartet auf die richtige Eingabe. Die Eingabe ist jetzt. Hier, wenn du heute beginnst, kannst du morgen ein neues Ergebnis haben. Das bitte Feuerwehr. Also, warte nicht, entscheide heute. Hier ist der Mann. Danke für das Interview. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Komm zu uns, denn hier kannst du deine Träume verwirklichen. Feuerwehrlewegen-Produkt. Danke.